Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap 194 steht an und Episode 4 wiederum bei Light the Remake Ich glaube nicht, dass es einen ohne Remake gibt, also wahrscheinlich schon, weil sonst gäbe es ja kein Remake Aber dieses Remake sagt mir nichts über das Original aus, klar soweit? Leute, ich habe gerade eben geschaut, ich habe eigentlich so Bock wieder Modern Warfare 2 zu spielen, also die Kampagne Und dazu hätte ich mir natürlich ganz gerne die Remastered Version geholt, aber irgendwie gibt es die nur für 25 Euro Egal auf welcher Plattform, egal bei welchem Gameskey-Fuzzi man die auch immer haben will Und 25 Euro nur für eine 6-Stunden-Kampagne, yeah, yeah, das ist, äh Ja, wir gehen weiter mit Let's Play Portal Bridge Constructor Episode 48 und, äh, ja, gibt es nicht viel dazu sagen Kammer 48, ich bin nach wie vor dabei ein neues, äh, ähnliches Format gerade aufzunehmen Was ja auch quasi sozusagen immer Kammer für Kammer abgeschlossen wird Und ich muss euch sagen, da läuft es teilweise nicht besser als hier bei Portal Bridge Constructor Episode 48 von Minecraft und da sehe ich gerade, da habe ich noch gar keinen Titel dafür Ich habe keine Ahnung, was es da geht Von dem her würde ich sagen, schauen wir da einfach mal rein und finden das gemeinsam raus Weggebaut und das hier muss ich auch mal umbauen, aber Das hier ist jetzt der neue, oder das neue Haus, das ich gebaut habe Und, ja, die Eisenform ist weg Und von dem her glaube ich, ist es richtig cool geworden Ähm, was jetzt noch abgeht, ich brauche hier noch eine kleine Brücke drüber, weil jedes Mal mit dem Boot fahren Und dann zur Episode 90 von Rocket League, Fun Life Commentary, Bad Time Ähm, hier spielen wir wieder ein bisschen gemeinsam Äh, wir machen das nach wie vor immer noch Allerdings muss ich da demnächst wieder mal ein bisschen was aufnehmen Weil die Episoden schon langsam knapp werden Und ich natürlich nicht jedes Mal aufnehme, wenn wir spielen Äh, sonst hätte ich wahrscheinlich 1000 Folgen oder sowas im Vorlauf Dann, Let's Play A Way Out mit Ole, das ist die letzte Episode gewesen Sprich, Folge 18 war das hier Nächste Woche geht es mit einem Let's Play weiter oder los, je nachdem wie man es nimmt Das schon, äh, ja, ein bisschen länger auf meiner Festplatte rumliegt Seid gespannt, ich bin gespannt, was ihr davon haltet Äh, und dann ist das Spiel auch mal wieder hier mit am Stizzl In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschaußen Tschau switch Anh Tschau Tschau Musik Musik Vielen Dank.